Wir sind hier in London mit Andres Torres von Red Bull Salzburg und Caidito Wallen von Manchester City. Wir wollen hier die Red Bull Gaming-Sphere auschecken, denn die ist hier in London neu aufgebaut und mit den Fans ein bisschen FIFA zu zocken und mit denen zu quatschen. Mein Name ist Andres Torres. Ich bin der erste FIFA-Profispieler aus Österreich. Ich bin beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag. Ich muss schon sagen, ich bin hier mit zwei ganz großen Biestern der FIFA-Szene unterwegs. Der Typ hier ist auch der Geilste. Alles gut? Was geht bei dir? Alles gut? Alles gut? Ich bin Kai Wallen und ich bin FIFA-Player für Manchester City. London ist wirklich eine sehr schöne Stadt, eine sehr internationale Stadt. Hey Leute, wie geht's? Und es ist natürlich cool, dass man hier so eine Red Bull Gaming-Sphere öffnen kann und weltweit alle Athleten, die auch Zugriff haben. Wer will zuerst spielen? Da kann man mit Freunden zusammenkommen, hochklassend spielen, aber auch einfach mal ein bisschen daddeln. Ich bin Andres Torres und jetzt will ich das Spiel. Am liebsten würde ich hier diese Game X4 mit STRG-C und STRG-V nach Wien übertragen. Copy-paste. Du hast Zeit, um zu retten. Ich bin wirklich schlecht. Ich finde es einfach heaven und hell. Nicht immer zu Hause zuzocken, dass die Jungs sich treffen und irgendwas machen. Das verbindet einen halt. Hier hat man immer eine gute Zeit. Ich habe einen guten Tag. Er ist ein guter Mann, der im Manchester City spielt. Er ist ein guter Mann, er spielt in Manchester City. Jetzt, dass ein Ort dieses Lager so eine Pieszone hat, es hat mir geöffnet. Und es ist schön, dass ich mich nicht so willkommen in einem Ort, wo man sich in den verschiedenen Events teilhaben kann. Ich denke, es ist wirklich cool. Der Bursche verteidigt cool. Er ist wirklich sehr gut. Der Bursche und der Betroger ist so. Du spielst in den Wicke League in FIFA-Fanat? Nein, eigentlich nicht spielen, einfach spielen für Spaß. Sie werden frustraten. Wenn Sie scoren, machen Sie die größte Erinnerung. Nein, nein, nein. Koran? Sie werden keine Chance geben, denn sie haben es geschafft. Oof, fuck off. Sie müssen immer fokussiert werden. Die Momentan, sie geben sie eine Eröffnung, sie geben sie einen Ball und sie versuchen. Sie sind leidig. 1-0. Mein Spielstil. Das ist eine Mischung aus ... Also ich würde sagen, er ist einfach gut verrückt. Er spielt sehr, sehr, sehr offen. Diese Eigenschaft, dieser ständige Wille, das findet man bei kaum einem anderen. Dieser Junge ist unfassbar ehrgeizig und das verdient den größten Respekt. Er ist auf jeden Fall ein FIFA-Vorbild und ich schaue mir auch ab und zu mal seine YouTube-Videos an. FIFA 19, alle sind heiß. Alle wollen zocken. Ich werde mit den Jungs sehr viel trainieren und sehr vieles testen, damit ich natürlich wieder an die Spitze komme. Ich war viel um die Welt. Ich habe viele kennengelernt. Ich habe viel nachgedacht, was ich falsch gemacht habe und richtig. In meinem Privatleben hat sich auch wirklich viel verändert und mit der ganzen Erfahrung will ich halt in FIFA 19 dann richtig durchmachen. Ich hoffe, im nächsten Jahr werde ich meinen Traum verwirklichen. Da ist noch mehr Luft nach oben. Ich bin sehr motiviert und will natürlich immer mehr Titeln gewinnen. Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden in meinem Verein und dafür werde ich alles kriegen. Ich bin sehr gespannt. Let's go! Let's go! Untertitelung des ZDF, 2020